hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zur let's play robocraft diesmal direkt mal in einem boss battle mit unserem guten guten armageddon-panzer und ich hoffe auch wir können hier was reißen denn ich habe schon wieder ewig andere tage warten bis ich mal reingekommen bin und warum nicht einfach mal etwas geradeaus und ich muss gerade schauen ok 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 alles ok alles soweit gut und warum nicht mal anfangen mit der aufnahme wenn man gerade eben erst reingekommen ist ich hoffe mal wir werden es auch schaffen das sind einzelne rennen mit der roma aus hier plasmabomber kommt schon ich will alles nur kein plasmabomber schade zwischen gewissen wird das funktioniert hätte wenn wir gerade aufgeht der ist definitiv gerade unterwegs könnte jemand runterholen bitte das wäre kürzliger doch gut erdeckt gerade ein bisschen rum ich bin fast dafür dort nicht hinzugehen und das könnte auch das beste sein wo hilfe oh gott 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 oh dankeschön ich gerade sagen wenn wir ganz schön verkackt aber nein noch nicht oh hilfe ja hilfe ja da ist nicht gut das ist ganz so gar nicht gut dankeschön wo ist der letzte unterwegs da oben ist doch einer weil es ist jetzt hier bis zur letzte ich glaube da könnten wir noch etwas reißen da kommt ich möchte ich möchte hoch haben überhaupt welche verloren vier stück ja ok damit dass es ein boss frei ist schade zu spät war es doch ein guter kopf in der rekordzeit sogar ok wenn das ist keine kohle gibt dann weiß ich auch nicht ok ich will das gemacht haben wieder etwas zu wenig noch mal das ist mein tages sieg ist aber nicht so gut da wo ich es eigentlich ein bisschen mehr haben ein bisschen viel mehr eigentlich was haben wir noch übrig im job 2 million 10 millionen avius 4 millionen noch nicht fertig dürfte noch nicht sehen die genau wegen dem hier wegen avius hier sammle ich gerade geld bis zum geht nicht mehr ein ja gut versuchen wir noch mal normalen kampf damit am besten schauen wir mal ob wir in der arena etwas mehr glück haben was als glück haben gewonnen merkel kann man ja an sich nicht haben aber im glück meine ich in dem sinne dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr geld rausschlagen können ja ich hätte wahrscheinlich den boss bitte erst an zwei stellen machen sollen merkt einfach wenn man nicht wirklich im kampf geschehen mit dabei ist und so wie ich etwas abseits gewesen ist dann nützt es auch nichts wenn man gewonnen hat dann bekommt man einfach nicht die punkte die man möchte die rps die man möchte so ich eigentlich gerade einen cut ansagen aber okay gut dann keinen gehabt habe ich hier zwei hier unten die adlerich sind oben das ist nie gut ragnarök ragnarök möchte ich doch mal bitte sehen ich erwarte etwas episches muss zum hänker konrad gibt kein konrad es gibt nur ihn hier komm schon da kann es da hinten unterwegs hat er da wirklich das müssten doch tc geschütze sein das zum hänker ok ich wäre schon mal glücklich das auf unserer seite ist deswegen habe ich da relativ wenig bis gar nichts dagegen also medicruise bin mir doch ganz sicher dass du ganz dringend sterben möchtest und zwar dadurch auch das gestellt es ging sogar richtig schnell alles nicht bei mir als ich bei mir hallöchen ich weiß nicht was du jetzt vorst aber so wirst das fein nix werden junge du hast mir gerade arbeit abnehmen aber das wasser schon wenn man ein bisschen hinten was schon dass ich genau neben dir stehe junge ich glaube das weiß er weniger hat mich in küsst du gleich hier bleiben das wäre egal super na kommst du ja danke schön danke schön die hilfe kann ich nicht gut vertragen sehe nicht denke hier war darauf vielleicht kommt der noch hoch der kleine ich bin zwei bis irgendwie ganz stark so das ding ist weg also wir können uns um die andere seite kümmern und zwar so immer da jemand kommt nein nichts ok dann mal hier rüber und einmal nach unten schießen und dann müssen wir nicht haben oh hallöchen aber auch ich glaube der möchte ganz dringend abgeschoben wird möchte das ist der bomber das ist definitiv der bomber das gefällt mir ganz und gar nicht na verdammt das tat weh das ist definitiv das hat genauso weh deswegen nutzen wir jetzt den plz jetzt aus na gott das bist du denn schon wieder was bist du hier du bist ganz dringend auch verdammt noch mal hab soeben alles lebenswichtige verloren nicht so gut ganz gleich gut ich würde sogar sagen kontraproduktiv ist das ganze oh gott dann richten wir noch kurz schaden an und tschüss okay hab nichts gesagt das ist gelinnig gesagt richtig böse okay warum ist eigentlich so viele schwarze hier ist doch gar nicht na komm mit es muss gesiegt werden ja die müssen wir zurück oben schade wäre zu schön gewesen dann schießt mir darüber egal was treffe ich auf jeden fall so wenn jemand bitte den da hinten nieder machen könnte wäre ich wirklich wirklich glücklich darüber da kommst du ja verdammt vorbeigeschossen na mein kollege kriegt aber dankeschön noch etwas unterstützung jetzt kommt schon ach komm dampf noch eins okay du stirbst du stirbst und zwar sowas von und du stirbst auch noch mal eine volle breitseite hinten rein und du auch noch eine breitseite verdammt das war ouch das war keine breitseite das war definitiv keine breitseite oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck na darf ich eventuell in irgendeiner weise sie mich bewegen noch verdammt ja nein 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 oh ja oh ja das wäre super das wäre super nein 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 ach komm schon mitten vor der eigenen basis abgeschossen ich muss gestehen sein design ist episch richtig gut er kann auf der stelle sogar umdrehen alles genial alles super was ich so toll finde ist dass unsere kollegen nichts dagegen machen ja verdammt ich habe kein schoss gegen so ein gott so dann helfen wir immer bisserl aus na komm schon komm schon komm schon hat sich aber auch ich weiß nicht was er möchte aber auf jeden fall möchte er bestimmt sterben das habe ich so im gefühl na kommst du verdammt nein 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 zack dich kriegen wir dich kriegen auch du du kommst her sowas von halt dich aber auch huiuiui da kommst du her wunderbar wunderbar ach gott es kommt die alle wieder her das ja kack der mit denen man 9 au transistor participar nicht gleich gut ganz geil gut sogar ouch ja komm schon dass du hier reinέλ bingo auf okay komm fahrrein 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 bitte 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 nein auch komm schon die sind doch direkt vor der base jungs also ich glaube irgendwie das wird nicht gut er schaut episch aus was auf jeden fall jetzt müsst ihr nur seine leistung bringen dankeschön vielen vielen dank okay wir müssen los die andere zeit ist uns egal wir gehen mit den anderen mit ich bekomme ich sonst viel zu viel schaden die ganze zeit ab was nichts sagt ich gut ist nein die ganze gar nicht gut sogar so können wir ihm irgendwann mal selten scheiden kleister so habe ich noch eine mit gedonnert macht was draus da kommst du kommst du kommst du die komische wieder her und den einen noch den ein baum und auch den ein baum und da kommen schon der verdammt noch eins es geht immer an der göttlichen kugel ach komm schon wiederum das sind zwei stück hinten nicht bildlich zwei stück da muss ich was gerissen werden ich habe ich habe geschossen aber und ab geht auch verdammt wo kommt er aber mehr der es weiß ich glaube sich die ganze geist gab ja auch gott magic magic der kommt wahrscheinlich nicht rechtzeitig ja aber komm schon ich wollte doch nur einfach respawn ouch sage mal durch das ich glaube es ist nicht eine frustfolge diesmal was anderes kann ich dazu nicht sagen ganz und gar nicht jetzt kommt schon hier wer wer war wie nur der eine skater faktor ist von uns im team ist hinüber ja das erklärt zu einiges das erklärt zu einiges ja ich glaube das kann man gesagt schon fast knicken so hallöchen erstmal ich weiß nicht ob sie es wussten aber sie müssten sterben und zwar ganz ganz dringend und bämm so erstmal rein preschen du musst sterben du musst mehr sterben ich muss mich doch schnell reparieren können nicht ach manno ja aber schöner kopf doch muss man gestehen ja das war's schon einmal gg das haben wir mehr als verloren da kriegen wir noch ein paar punkte her was sollte man das ist ja unsere irgendwas sagt das ist blau rote bin ich der jenige ich meine ich habe pinke aber keine roten da wird hochgeschossen keiner wer abgeschossen wird aber doch geschossen so du fährst erstmal weg vom fenster ich habe auch dankeschön du kriegst mich nicht du kriegst mich nicht und ich krieg ich aber so schaut sie mich aus wir müssen ganz dringend hier noch mal ein wasser umreißen kann ich angehen hier so wo es was wert also sehr das ist unser bier ok fast 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 moment ich habe ich habe es ja gut er kann sich überlassen das mal schon das mal schon wunderbar zwei für uns irgendwas zum abschießen momentan gerade ja schon wieder das ist schon mal gut ist schon mal ziemlich gut das machen wir jetzt auch von zweck dankeschön denn das ding hier muss uns gehören ouch habe ich noch eine kanone ach komm schon mit der krieg aber auch noch was hin ich bin weg vom fenster ich verschwinde ich bin ja verdammt ja eher weniger respawn 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 ach man so knapp so knapp akkord komm greift sie an greift sie einfach nur an greift sie an geschützt macht irgendetwas ach das ist der rote hier ja das ist klar der ist gleich tot der ist mehr als tot ich verstehe mich eh warum rot und schwarz hier reinkommen also ich bin gespannt komm du musst hoch ja episch unterstützung sehen ja wir können ihn sogar sehen er ist nicht mehr ganz da aber oh mein gott wir können es tatsächlich nur reisen ich breche vom glauben ab ich breche vom glauben ab wir können gewinnen und wir haben gewonnen oh mein gott das dann nicht mal episch geil okay da wir müssten jetzt aber ein bisschen was bekommen so ein kleines bisschen etwas bisschen wie sogar ja gut es ist es viel ist wie kann man nicht sagen aber nicht so viel wie ich kenne hätte ja gut ja gut ja gut ja 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 ja